Hallo, wie geht's? Eins, zwei, drei, just kidding. Ich heiße Emma, ich bin Studentin, ich habe eine Schwester und zwei Brüder und das ist alle. Ich bin müde und ich bin hungrig. Ich spreche Französisch und Spanisch und ich will want to lernen Deutsch. Das ist alle echt. Bis bald.